Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Face Swap. Das ausrechnet du jemals irgendetwas reißen musst. Alle erfolgreichen Menschen waren mal unbeliebte Nerds. Nerdtoday, Bosstomorrow. Und was ist der Plan? Wie verkauft man Drogen im Internet? Boom. Okay, das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest. Ich hab gehört, dass sie Ecstasy verkauft. Ecstasy verkauft. Egal wohin, wenn das klappt, dann können wir machen, was wir wollen. Regel Nummer eins vom Shop. Wir verlieren kein Board über den Shop. Ist Fight Club? Ja, hab ich nie gesehen. Wie viel willst du im Abend? Alles. 21 Bestellungen in drei Tagen. Wolltest du vielleicht heute Abend ein bisschen fein rum? Das ist er. Mein Moment. Willst du Moritz schlagen? Ja, mal sehen. Okay, dann komm rein. Ich hab zum Dealer noch gleich das restliche Geld gebracht. Ja, wo ist die Kohle? Ich geb Ihnen das restliche Geld bald. Leider falsche Antwort. Ich geb's Ihnen jetzt sofort. Ah, sorry. Die Antwort war eigentlich richtig. Doch, doch, das ist genauso passiert. Ein處. Ach, vors. Ich behebeld, ich bin. Ich geh'bel, in die Einwanderung. Ich bin schübsgerd, ich bin. Vielen Dank.